Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega. Was nicht gebraucht wird, landet im Müll statt in der Wiederverwertung. Dadurch steigt die Nachfrage nach neuen Rohstoffen. Die Erde wird immer mehr ausgebeutet. Der Klimawandel und seine Folgen lassen uns deutlich spüren, wie die Natur leidet. Aber auch Menschen leiden unter ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen. Fachkräfte sind bei uns willkommen, Menschen auf der Flucht eher nicht. Was bedeutet globale Nachbarschaft? Das ist Thema bei uns heute in der Sendung. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Frau Dr. Irme Stetter-Karp. Sie ist Ordinariatsrätin und Leiterin der Hauptabteilung Caritas der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sowie Monsignore Bernhard Appell. Er ist Direktor des Diözesan-Caritas-Verbandes in Freiburg. Und Anton Faas ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisationen und Verbände der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie der Aktion Hoffnung. Herzlich willkommen! Bevor wir ins Gespräch einsteigen, schauen wir uns an, was globale Nachbarschaft bedeutet. Wie eng sind wir eigentlich mit Menschen aus weit entfernten Ländern verbunden? Der Fernsehspot zur Caritas-Kampagne beantwortet diese Frage auf besondere Art und Weise. Weit weg ist näher, als du denkst. Musik Musik Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang tut sich ja einiges, wie wir in den Filmen gesehen haben. Was will uns die Caritas mit diesem Film sagen, Frau Dr. Städter-Kaub? Zunächst mal ist es gut zu sehen, dass diese Jahreskampagne Teil einer dreijährigen Reihe ist. Unter dem Titel oder dem Zugang Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das sagt schon eine bestimmte Richtung. Und es sind vier Schwerpunkte, die dabei ausgewählt sind für dieses Jahr. Zum einen Klimawandel, dann unser Konsumverhalten und der Handel, Flucht und Vertreibung und Zuwanderungspolitik. Und wenn wir Globalisierung hören, dann denken wir sehr schnell in der Regel an komplexe politische Prozesse. Und die Frage, was können wir denn dazu tun oder was kann ich denn dafür? Und diese Kampagne, die schaut in eine andere Richtung, nämlich wo wir selber ganz unmittelbar, obwohl wir es vielleicht auch nicht immer sofort sehen, am Steuerrat sind, selber Akteur sind, durch unser eigenes Verhalten, durch unseren Lebensstil. Und um ein ganz alltagspraktisches Beispiel zu nennen, die Jeans für 1990, selbst wenn wir sie noch nicht selber gekauft haben, aber wir kennen es alle, wenn wir an Discountern vorbeigehen, dann hängt sie da. Und wenn wir uns fragen, wie die produziert worden sein konnte, ich glaube, bei einem Nachdenken kommen wir auf die Idee, unter sehr guten, würdigen Arbeitsbedingungen wohl eher nicht. Also ist es ja die Frage, ob wir uns da verführen lassen oder ob wir an die anderen denken, die da in der Produktionskette sind oder die das selber leisten müssen, die Textilarbeiterinnen, sei es in Kambodscha oder Kolumbien oder wo auch immer. Und ein anderes Thema ist noch, dass wir selbstverständlich den ganz offenen, weltweiten Verkehr der Waren uns wünschen, damit wir frei im Internet oder wo auch immer aus dem großen Warenkorb auswählen können. Aber wenn es dann umgekehrt so gedacht ist, dass die Grenzen offen sind und nicht nur die Waren ihren Weg finden wollen, sondern auch die Menschen ihre Perspektive suchen wollen, zum Beispiel in Europa, dann finden sie in der Regel hohe Mauern. Wir sichern uns gut ab und jammern auf hohem Niveau über relativ gesehen wenige Flüchtlinge. Und um deren Bedingungen auch in den Blick zu nehmen, geht es auch bei der Kampagne. Und ein Letztes, immer mehr Menschen in Deutschland sind alt, werden alt, wir alle. Und die Frage, wer uns pflegt, wer die jetzt Alten pflegt, verbindet sich mit der Arbeitssuche von zum Beispiel vielen Frauen in Osteuropa, sei es aus Polen, sei es aus der Ukraine. Und deren Arbeitsbedingungen hier sind auch nochmal interessant in der Kampagne. Soweit vielleicht. Ich würde gerne nochmal zu der Jeans zurückkommen. Herr Appel, Sie haben globale Nachbarn kennengelernt und auch wo Jeans oder Kleidungsstücke entstehen. Sie haben es vorhin angesprochen. Ich hatte das Glück, vor eineinhalb Jahren Caritas-Projekte in Kolumbien besuchen zu können. Und da haben wir gesehen, dass es von der Caritas und einer Ordensgemeinschaft eine Initiative gab und eine Initiative gibt, in der Frauen, die in der Prostitution gearbeitet haben, hier eine Chance haben, auf faire Weise den Lohn zu verdienen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da ist ein großer Kindergarten dabei. Die Kinder sind versorgt. Und hier kümmert sich die Caritas im Zusammenhang mit Ordensfrauen um diese Frauen und stellt Möglichkeiten her, dass die ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und dass sie auch etwas Positives tun. Und dass dann auch die Dinge, die dort produziert werden, dass die fair gehandelt werden, dass sie, die gehen auch nach Europa, dass sie dort verkauft werden können zu fairen Preisen. Das heißt, Sie haben das vor Ort auch angesehen. Und was hier geschieht, ist eben positiv. Also das sind jetzt keine Arbeitsverhältnisse, die erdrückend sind, sondern die eben ermutigen den Menschen auch wieder den Arbeitsplatz. Das ist für mich ein Beispiel, ein ganz positives Beispiel von Beschäftigungsmöglichkeiten, gerade jetzt in der dritten Welt. Ganz anders als die Bilder, die aus Bangladesch vor kurzem noch um die Welt gingen, wo Textilfabriken, in denen Frauen gearbeitet haben, zusammengebrochen sind, wo auch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen herrschten. Von den Näherinnen in Bangladesch bzw. in Kolumbien, wo Sie vor Ort waren, möchte ich gerne auf ein Projekt in Stuttgart hinweisen. Es gibt auch ein Nähprojekt in Stuttgart, das eben positive Vorbildfunktion hat. Die Second-Hand-Boutique in Stuttgart. Sie heißt Prager. Hier werden Frauen beschäftigt, die fit gemacht werden sollen für den ersten Arbeitsmarkt. Und sie machen aus alten Kleidern neue, und zwar ziemlich stylische. Nathan Haseler war bei einer Modenschau dabei und hat die Busy Bees, die fleißigen Bienen, bei ihrer Arbeit besucht. Diese Kleidungsstücke sind besonders. Jedes einzelne ist ein Unikat. Und nicht nur das. Sie sind auch noch recycelt. Hergestellt werden viele dieser Kleidungsstücke nämlich von den fleißigen Bienen der Second-Hand-Boutique Prager. Die Busy Bees arbeiten dabei sehr umweltbewusst. Also wir verwenden nur Stoffe. Beispiel, was Spendeware, was eigentlich in den Müll landen sollte, weil die Kundschaft nicht braucht. Und ja, wir arbeiten damit. Größter Teil, wir kaufen wenig Stoffe. Nur das war so Zusatz, so Ergänzung. Aber alles, was wir verwenden, ist Risage. Vor drei Jahren wurde das Label Busy Bees gegründet. Seitdem erweitern die Kreation von Busy Bees das Angebot des Arbeitsprojektes des Caritasverbandes Prager. Hergestellt werden alle denkbaren Produkte. Von Schlüsselanhängern über Taschen und Hemden bis hin zu Maßanfertigungen ist alles dabei. Die Arbeit ist vielseitig, sie ist kreativ. Wir überlegen uns auch manchmal, okay, was könnten wir als Neues machen. Und das ist halt das Schöne, sie sind nicht an eine strikte Linie gebunden und nähen immer nur das Gleiche oder produzieren immer nur das Gleiche, sondern können auch mal mit eigenen Ideen kommen oder ja, auch mal was ausprobieren. Langzeitarbeitslose Frauen haben hier die Möglichkeit, sogenannte Arbeitsgelegenheiten wahrzunehmen, weil sie auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Anschluss mehr finden. Neben einem kleinen Verdienst gibt ihnen die Arbeit bei BCB einen strukturierten Tagesablauf und auch eine Art der inneren Befriedigung. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man das, was man macht, wenn es dann ankommt bei den Kunden und danach gefragt wird und es verkauft wird. Es wäre ja schlimm, wenn wir nähen würden und es würde den Kunden nicht gefallen. Also daher, ja, es ist ein schönes Gefühl. Die Damen haben in den drei Jahren unheimlich Selbstbewusstsein gewonnen und trauen sich jetzt deutlich mehr zu. Und das nicht ohne Grund. Gemeinsam mit St. Fidelis im Stuttgarter Westen werden nämlich unter anderem auch die Kreationen von BCB auf dem Laufsteg vorgestellt. Auch für die Models ist das ein besonderer Abend. Es ist schon aufregend, weil es ist einfach Wiederverwertung und wir finden so viele Kleidungsstücke mittlerweile wieder, die wirklich modern sind, die 20 Jahre schon in Kleiderschränken hingen. Es ist toll. Die Besucher haben nach der Show die Möglichkeit, eines dieser Unikate für sich zu ergattern. Und wenn vorhanden, ihre nicht mehr gebrauchten Stoffe und Kleidungsstücke zu spenden. Ganz nach dem Motto, recyceln statt wegwerfen. Recyceln statt wegwerfen, Herr Faas, das ist Ihr Lieblingsthema. Sie sammeln für Ihr Leben gern Secondhand-Kleidung und zwar tonnenweise. Warum und für wen? Ja, wir haben ja zunächst jetzt den Anfang der Textilenkette teilweise angeschaut. Wir bewegen uns am Ende der Textilenkette. Schauen Sie, in Deutschland werden pro Jahr mindestens 900.000 Tonnen gebrauchter Textilien erfasst. Das sind etwa 12 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Kleidung, die weggeworfen wird, auch weil es eine Jeans für 19 Euro eben gibt, weil Kleidung ein Ex- und Hop-Artikel geworden ist. Und für uns ist die Alt-Kleider-Sammlung, die Secondhand-Sammlung, zunächst mal Ressourcenschonung, Müllvermeidung. Denn die 900.000 Tonnen Alt-Kleidung, die erfasst werden in Alt-Kleider-Containern, in Straßensammlungen, die können, und wir haben eine Recyclingquote von über 90 Prozent, die können also in den Kreislauf zurückgeführt werden. Und das ist absolut richtig und sinnvoll, allein schon vor dem Hintergrund, dass Kleidung ja unheimlich energieintensiv in der Produktion ist, einen hohen Ressourceneinsatz hat, denken wir an die Baumwollfelder, wo Tausende, Zehntausende Liter Wasser für ein Kilogramm Baumwolle verbraucht werden, Chemikalien, Pestizide, die eingesetzt werden. Alleine schon aus dem Grund ist die Alt-Kleider-Sammlung richtig und sinnvoll. Sie ist aber noch mehr, und da kommt jetzt vielleicht ein bisschen mein Herzblut rein, sie ist die Grundlage unserer Arbeit als Aktion Hoffnung. Wir sammeln Alt-Kleider, die wir anschließend sortieren, zunächst mal, um damit Caritas-Partner in Entwicklungsländern mit Alt-Kleidern zu versorgen. Etwa 400 Tonnen jährlich gehen an Caritas-Partner in Entwicklungsländern, Argentinien, Brasilien, Angola, Rumänien, Burundi, Uganda, in unterschiedlichste Länder, wo sie dann dort in den dortigen Caritas-Strukturen in Krankenhäusern verteilt werden, Gefängnissen, Kinderheimen. Und der andere Teil, etwa 4.500 Tonnen, die wir jährlich sammeln für die Aktion Hoffnung, die lassen wir sortieren. Die gehen anschließend, die tragbare Kleidung, in den Kleiderkreislauf, Textilienkreislauf. Und die Erlöse, die wir dort erzielen, die stehen für unsere Hilfsprojekte dann zur Verfügung. Was heißt das, wir sollen jetzt in Zukunft weniger Kleider kaufen und lieber spenden? Oder was haben unsere globalen Nachbarn ganz konkret davon? Ja, Sie sprechen jetzt zwei Ebenen an. Natürlich müssen wir grundsätzlich, denke ich, unseren Kleiderkonsum überdenken und vielleicht ein bisschen mehr nachdenken. Nach dem Motto, weniger kann auch mehr sein. Brauche ich das 10., das 11., das 12. T-Shirt im Kleiderschrank zu jeder Saison eine andere Farbe, ein anderes Muster, anderer Schnitt? Oder kaufe ich mir qualitativ hochwertige Kleidung, vielleicht auch öko-faire Kleidung, die nach wie vor nur eine Nische ist, aber eine wachsende Nische, was mir Hoffnung macht. Und wo ich mir denke, dass das vielleicht in ein paar Jahren zu einer Art Umdenken führt im Kleiderkonsum. Aber ich würde jedem wirklich empfehlen, die Kleidung nicht in den Müll zu werfen, weil da ist der Rohstoff unwiederbringlich verloren, sondern tatsächlich zu schauen, gebe ich meine Kleidung an eine sauber arbeitende Organisation, wo die Kleidung hochwertig weiterverarbeitet wird. Denn dann leiste ich einen aktiven Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Klappt das mit der Ressourcenschonung, Frau Dr. Stetter-Karp, was muss sich denn strukturell auch ändern, dass sich diese ungerechte Weltverteilung ein bisschen ändert? Ich glaube, von der Haltung her muss ich ändern, dass wir uns als Teil dieser weiten Welt verstehen. Und ich würde sehr gern auf das Thema Flucht und Vertreibung und die Arbeitsmigration nochmal kommen. Gefragt sind natürlich alle europäischen Staaten dabei, nicht nur Deutschland, aber gerade eben auch Deutschland. Und wir konnten ja jetzt gerade zu Jahresbeginn auch sehen, wie doch immer noch es möglich ist, auf einem Niveau von Stammtischpolitik bestimmte Meinungen zu wiederholen oder zu erzeugen und auch eine Abwehr quasi zu unterstreichen. Und ich denke, gefragt sind wir als Einzelne, aber gefragt sind wir auch als Kirchen. Wir haben beispielsweise jetzt im Winter uns entschieden als Diözese, dass wir eine Summe von sieben Millionen Euro für Flüchtlingshilfen zur Verfügung stellen wollen, damit auch Arbeit unterstützen und aufbauen wollen. Davon soll die Hälfte gehen in die Partnerländer, in Projekte, die über die Hauptabteilung Weltkirche vor Ort Flüchtlinge oder Menschen, die an die Flucht denken, muss ich genauer sagen, oder die keine Perspektive haben, unter ihren Lebensbedingungen unterstützen. Und die andere Hälfte wollen wir hier verwenden innerhalb der Diözese, um dort, wo Not ist, einfach zu helfen. Und ich will mal zwei Zielgruppen besonders benennen. Das sind im Moment sind oft die Unterbringungen irgendwie im ersten Blick oder im Vordergrund zu sehen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann müssen wir ja leider erkennen, dass wir eine Reihe von Lücken haben bei der Unterstützung und Versorgung der Flüchtlinge. Und ein schwieriges Moment ist, dass wir aus der Erfahrung, zum Beispiel in der Arbeit vom Caritasverband für Stuttgart, der seit 1986 ununterbrochen Flüchtlinge begleitet, in diesem Jahr zwischen 600 und 1.000 Flüchtlinge des Jahresende, werden es allein vom Caritasverband Stuttgart hier begleitet, in der Landeshauptstadt 1.000 sein. Und aus der Erfahrung wissen wir, dass circa 40 Prozent aller Flüchtlinge traumatisiert sind, wenn sie hier ankommen, aufgrund von Gewalterfahrungen, aufgrund einfach der misslichen Bedingungen fort. Und hier ist es leider so, dass bei der Heilung, die eh schwierig genug ist, wir flankieren, unterstützen müssen, weil hier die Kassen noch nicht ausreichend quasi helfen oder die Gelder bringen. Und die zweite Gruppe, die ich besonders benennen will, sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Gerade zu Beginn dieses Jahres mussten wir wahrnehmen, dass die Kommunen sich da auch überfordert sehen. Man muss sich vorstellen, wenn ein Kind mit zwölf Jahren in Afrika unter Kriegsbedingungen sein eigenes Leben verteidigt hat, allein von Land zu Land gegen mit der Waffe in der Hand, also Kindersoldaten, die werden natürlich sich nicht so leicht tun, unter deutschen pädagogischen Wertvorstellungen einfach zu funktionieren. Also geht es auch in die fachlichen Grenzen und braucht einfach auch eine besondere Unterstützung an der Stelle. Das sind einfach nur mal zwei Beispiele, die ich zuerst nennen will. Es sind ja oft katastrophale Gründe, auch warum Menschen die Flucht ergreifen. Das sind eben auch Arbeitsbedingungen oder eben Lebensumstände. Was kann man denn hier machen, hier vor Ort? Was macht die Caritas denn? Und was kann jeder Einzelne, jede Kirchengemeinde machen? Zunächst einmal können wir ein Klima schaffen, in dem diese Menschen, die zu uns kommen, dann auch spüren, dass sie willkommen sind. Und da gibt es sehr viele Beispiele, dass sich gerade Pfarrgemeinden, Kirchengemeinden, um solche Gruppen kümmern und dass sie sehr auf diese Menschen zugehen. Und ich habe da auch eine Veränderung der Haltung insgesamt in unserer Gesellschaft wahrgenommen, dass da eine größere Offenheit entstanden ist. Es gibt Abwehrbewegungen, aber es gibt, glaube ich, gerade viele Kirchengemeinden, in denen eine große Offenheit ist und in der eine Begleitung solcher Menschen, Hilfestellung gegeben wird. Und da gibt es sehr viele ermutigende Beispiele. Es gibt aber bestimmt auch Widerstände und Grenzen und Probleme. Wie geht man damit um? Ja, es geht um Haltung. Es geht darum, Überzeugungsarbeit zu leisten und Menschen klarzumachen, wie die internationalen, globalen Zusammenhänge sind. Das ist ja gerade das Thema und der Grund für unsere Jahreskampagne und das, was wir weitergeben wollen, dass wir darauf aufmerksam machen wollen, auf diese internationalen Zusammenhänge, die globalen Zusammenhänge. Und da geht es darum, für die Menschen, die zu uns kommen, dass wir hier unsere Mitbürger, dass wir werben, dass sie aufgenommen werden und dass wir auch deutlich machen, wir brauchen ja, um überhaupt als Gesellschaft weiter zu existieren, weil deswegen brauchen wir Zuzug, auch von außen. und wir brauchen auch Menschen, die hier uns wieder auch ihre Möglichkeiten in unsere Gesellschaft einbringen und das sollte man als Geschenk, als Chance empfinden und nicht als Belastung. Sehen Sie es auch so, Frau Dr. Stetter-Kapp? Ja, ich sehe es auch so und ich würde einfach noch gerne zwei ganz schlichte Beispiele dazulegen. Die klingen vielleicht ganz banal, aber manchmal, glaube ich, ist so ein erster Schritt auch was ganz Wichtiges. Das eine ist für mich, ich habe selber in der Zeit, als unsere Kinder klein waren, in der Kleiderkammer für Asylbewerber ein paar Stunden in der Woche mitgearbeitet und jetzt erstmal ist das ja ein kleinster Schritt, aber einfach diesen kleinen Schritt zu leisten, kann eben ein Pärchen in der Schnur sein. Also einfach auch dem zu trauen, dass ein kleiner Schritt was sein kann, was ich selber tun kann. Und das andere ist für mich, einfach von den anderen her auch mitzudenken, nicht nur von mir her zu denken. Also am Beispiel nochmal der Frauen, die aus Polen hier bei uns Arbeit suchen und finden, etwa bei den zu Pflegenden zu Hause. Wenn wir wissen, ich habe letzte Woche den Präsidenten von Caritas Ukraine getroffen, weil ich bei einer Tagung in Rom war und er sagte in seinem Vortrag über die ganz aktuelle Situation in der Ukraine, dass 85% der Personen, die von Polen aus in Westeuropa bei uns arbeitssuchend Frauen sind. Viele davon haben kleine Kinder. Wenn ich jetzt einfach überlege, dass die Kinder für die Pflege unserer alten Menschen dort auch alleingelassen sind, dann kann ich ja mindestens auch sagen, okay, dann sollten doch vielleicht auch unsere Bedingungen, also die Frage, was ist eine Mindestwochenarbeitszeit oder wie ist es mit einer freien Stunde, wie ist es mit der Teilhabe der Menschen? Bei mir lebt zum Beispiel in der Siedlung eine polnische junge Frau. Ich sehe die nie, weil sie gar nicht aus dem Haus rauskommt. Ich weiß nur, weil ich die alten Leute kenne, dass da inzwischen eine Polin arbeitet und ich gehe immer auf meinem Weg zum Wald dort vorbei. Einfach auch mal so von den anderen her zu überlegen, das finde ich auch einen kleinen Schritt, der wert ist. Da ist auch bei der Caritas eine Sensibilität gewachsen bei unseren Sozialstationen, auch bei denen, die als Krankenbesuche machen, dass sie, wenn sie so etwas entdecken und so etwas feststellen, dass sie auch aufeinander, dass sie darauf hinweisen und dass es jetzt schon Gruppen gibt, die gerade sich um solche osteuropäischen Pflegepflegende kümmern und die die begleiten, die ihnen helfen bei Behördengängen. Und da gibt es einige auch ermunternde, ermutigende Initiativen. Es gibt auch eine aktuelle Initiative, die Sie begleiten. Es gibt viele osteuropäische Flüchtlinge, auch hier bei uns in Stuttgart. Manche schlafen auf der Straße. Es ist so. Und Sie haben jetzt sogar konkret mit der Aktion Hoffnung helfen können und spenden können. Ja, die Franziskusstube in Stuttgart, die die Not vor Ort. Und wir haben hier in Stuttgart, auch in einer der wohlhabendsten Regionen der Welt, Not, arme Menschen, arme Menschen, die auf der Straße leben müssen. Und dort haben wir der Franziskusstube Schlafsäcke zur Verfügung stellen können, damit Obdachlose nachts nicht frieren müssen. Und diese Schlafsäcke, die konnten wir aber nur zur Verfügung stellen. Und da möchte ich nochmal auf die Kirchengemeinde zurückkommen. Eine niederschwellige Form des Engagements für Menschen, denen es nicht so gut geht, für benachteiligte Menschen. Wir nennen es 1,44 Quadratmeter für die eine Welt. Wenn uns eine Kirchengemeinde nur diese 1,5 Quadratmeter zur Verfügung stellt, für einen Altkleidercontainer, der ja oft aus ästhetischen Gründen abgelehnt wird, zur Verfügung stellt, dann können wir als kirchliche Organisation Einnahmen, Erlöse erzielen, die wir vor Ort in Entwicklungsländern, wo die Probleme entstehen und wo sie auf uns zurückfallen, zurückfallen dann auf kleiner Ebene. Das ist uns allen bewusst auf einer Mikro-Ebene schauen, für eine Entwicklung sorgen, dass es Menschen nicht mehr so schlecht geht und dass eine Entwicklung in Gang gesetzt wird. Ist nicht mal auch zu Ende gesammelt? Sie sammeln jetzt seit 1964, haben Sie die Hoffnung, das heißt ja so schön Aktion Hoffnung, dass irgendwann genug gesammelt ist? Würde ich Ihnen recht geben? Würde ich Ihnen recht geben? Die Aktion Hoffnung, die dürfte es eigentlich gar nicht geben, sage ich immer. Wenn wir an das Ziel unserer Arbeit denken, benachteiligten Menschen zu helfen, weil irgendwann sollte unser Daseinsgrund verschwinden, nämlich dann, wenn alle Menschen das zum Leben, nicht nur zum Überleben, zum anständigen Leben Notwendige haben. Aber, um auf einen Teilaspekt auch wieder der Caritas-Kampagne zurückzukommen, ich hoffe, dass es die Aktion Hoffnung noch lange gibt, nämlich um Ressourcen zu schonen, um Müll zu vermeiden, in Form von Allkleidersammlungen. Herr Appel, Ihr Wunsch, Ihr Ziel, wann ist globale Nachbarschaft nicht nur Nachbarschaft, sondern Freundschaft? Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, nämlich das Beispiel unseres Konsums, auch beim Essen. Da gibt es ja die Geschichte mit dem Hähnchenfleisch, dass die Hähnchen bei uns gemestet werden und dann geschlachtet werden, dass bei uns aber nur das Brustfleisch Verwertung findet und dass die Flügel und andere Teile nach Ghana oder nach Afrika-Ghana praktisch ausgeflogen werden und dass das zur Folge hat, die Konsequenz, dass in Ghana die gesamte Geflügelproduktion zusammengebrochen ist und dass dort die Menschen, die bisher dort Eier und Geflügel produziert haben, dass die ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können. Und das ist ein Ziel unserer Kampagne, dass wir auf solche globalen Zusammenhänge aufmerksam machen wollen. Beispiele gibt es noch genügend, aber dass wir auch hier wissen, was wir bewirken, wenn wir konsumieren, wenn wir Fleisch essen, was das für Folgen hat, nicht nur für uns hier, sondern dass wir daran denken, dass wir die Konsequenzen sehen, die es für andere weltweit hat. Frau Dr. Stetter-Karp, weit weg ist näher, als du denkst. Wann wird aus globaler Nachbarschaft globale Freundschaft? Was wäre ihr Wunsch oder ihr Traum? Ich sage zwei ganz gegensätzliche oder sehr unterschiedliche Wünsche. Das eine ist, ich wünsche mir für alle Frauen auf der Welt, dass sie nicht unter Bedingungen einer Sklaverei leben müssen. Wir haben leider immer mehr Frauen, die unter Bedingungen von Zwangsprostitution und Menschenhandel hier sind. Auch mehr osteuropäische Frauen wie bisher. Wir haben einen Fonds in der Hauptabteilung, wo wir mit sehr kleinen Beträgen viel helfen können. Zum Beispiel, dass die Frauen, zum Beispiel Nigerianerinnen sind, oft in dem Fonds, dass sie einfach das Ticket für Berlin zu ihrer Botschaft bekommen, damit sie endlich an einen legalen Pass kommen, weil sonst sind sie hier einfach unter allen Gefahren unterwegs. Also es wäre der eine Wunsch, ein politischer Wunsch und ein persönlicher Wunsch, ich wünsche mir für mich selber und für andere auch, dass ich nicht vergesse, wie wertvoll einfach das Wasser aus dem Wasserhahn ist, wenn es einfach laufend kommt. Ich mache auf und es kommt oder vielleicht auch nur mit dem Touchscreen. Als ich aus Mexiko zurückkam, ich war 2005, sechs Wochen dort, habe ich mir geschworen, dass ich es nicht vergessen will und wie leicht vergessen wir das, dass der Hahn einfach aufgeht und es kommt Wasser. Danke für den schönen Schlussappell zum Nachdenken. Denken Sie ab und zu auch an Ihre globalen Freundinnen und Freunde. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.